hey willkommen zurück bei der space und dann gucken wir mal was uns im raum erwartet wahrscheinlich nichts gutes vielleicht werden sie jetzt verstehen was mein werk muss fortgesetzt werden wird fortgesetzt werden ich doch der schenkels mercer als katalysator zur rettung unserer spezies dienen diese exemplare werden mit mir zur erde zurückkehren und werde ihre göttliche pracht auf den ganzen planeten verbreiten weil ich dir irgendwie aufs maul haue was wie was nein 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 nicht du schon wieder nicht du schon wieder zwischen dir mache abgelehnt 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 hier raus kann ich nicht raus hier raus hier raus wo ist hier weg ist ja irgendwie weg was sind das hier kammer warte mal was ist die cool kammer das ding oder was oder wie oder wer so junge musst du da rin ist er tot ist er... ist er drin? ich... ich... ich hoffs nur alter vater das ist ne derie ernst hoffentlich war das das letzte was wir von diesem ding gesehen haben ich konnte mercers sicherung umgehen in deiner nähe ist eine kleinere monorail station die dich zu den hydrokulturen bringen wird hoffentlich reicht uns die zeit eigentlich will ich das am liebsten hemmen so ok ich musste eher schon wo hier gucke weil ich alles verpasst habe das ist meine energie widerlich ok so straßen nochmal aufgetankt hier haben wir alles na so hock kredits hock hoock Energieknoten. Sehr schön. Noch was drin? Nö. Schwarz. Hätte ich aber mindestens jetzt ein paar verdient, also nur ernsthaft. Ähm, gut. Jetzt bist du auch so aus der Natur. Okay, dann. Okay, wir haben noch Munition. Das ist alles gut. Wir haben nur, okay, Medikits. Ja. Dann mal Mono-Lade. Dann mal umswitchen und dann. Ja, Vater, dann hoffe ich, dass das Vieh jetzt endlich tot. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Und jetzt soll er aber bitte können es kommen. Oh, Mono- Mono-Rail? Credits, gerne. Hier ist nix mehr. Oh, ne, 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 ne. Ne, ne, wo? Okay, gut. Puh. War, war es das schon? Okay. War es schon das Kapitel? Das war dann... Oh, das war es wirklich. Wird es aber heftig. Willkommen im sechsten Kapitel. Okay. Ich dachte, es gewusst. Hätten wir was kennen ja eventuell noch beim Mechumo machen. Aber wie soll man das dann wissen? Okay. Jetzt müssen wir mal irgendwie bei der Hammond und die Mono-Dinger Kultur... Ne, Hydro-Kulturen. Mono-Dinger. Mono-Dinger ist das Mono-Rail. Logbuch der Hydro-Station. Dr. Elizabeth Cross. Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Käpt'n hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt und ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. Mhm. Brauchst mal Energie. Gerne. So. Ähm. Ähm. Der hier war bewegt. Ach nee, ist wieder nur diese komische Rektor-Physik hier. Oh, scheiße. Ach du scheiße. Oh, nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Damit habe ich nicht gerechnet. Medipack klein. Nämlich gerne. Holy shit. Was? War du was? Wer? Was? Wo? Wo? Scheiße, scheiße, scheiße. Wer flüstert denn da so? Wer flüstert hier so? Das ist der Fahrstuhl, oder? Ja. Ein Lastenaufzug. Holy shit, fuck. Könnte man nicht einfach Freunde sind? Ich will hier raus. Okay, der ist lang unterwegs. Und das sieht doch mal annähernd freundlich aus. Tomaten. Nein. Nein, 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 nein. What the fuck? Bewässerungsphase eingeleitet. Alter, aber es kommt mir herzziehen, blieb. Oh. Oh Mann, ich glaube ich. Oh Gott. Gut, oh gut, oh gut. Schiebe mal. Laserkanone. Alter. Was können wir denn mit mir machen? Das ist meine AG. Boah. Ich muss erst mal sammeln, bevor ich hier weitergehe. So, erweitere das Spiel irgendwie auf. Oh. Wie schön, Sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Händen nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, Sie sind es, die die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von Ihnen gesehen. Aufgedunsen. Angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond. Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac, keine Hilfe. Isaac? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager. Weil ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Das gefällt mir nicht. Aufgabe inaktiv. Moment. Die Giftkapseln zerstören. Den Leviathan vergiften. Das hört sich nicht gut an. Okay. Atmosphäre und Steuerung. Den Leviathan zerstören. Da habe ich glaube ich so viel Bock drauf wie auf Bauch wie. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschaffung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Das machen wir jetzt eher schon mal. Leviathan, das gefällt mir schon mal gar nicht. Ich habe gedacht, das wäre der erste door gewesen, so dass das die Mods sind, aber offensichtlich habe ich mich getäuscht. Offensichtlich ist das was Böses. Oh, oh, ein Job, ein Job, ein... Ach, das ist noch gar nicht hier. Hier ist nur so, äh, ab, ohne dass was passiert. Alles klar. Das ist... Das ist gut zu wissen. Das gefällt mir. Also wir... gucken uns mal hier um. Okay. Unterkladenes Schema. So, haben wir hier irgendwas. Wir haben Medipex. Das ist sehr gut. Luftkantil, statt zwei Stase-Packs. Ich würde es sagen. Änder, du mal Munde. Safe. Basma-Energie. Die will ich gerne behalten. Und der Rest auch. Gibt es mir was, was wir kaufen können? Okay, die Basma-Katte. Was sind die Waffe? Kaufen wir... Kaufen wir doch, kaufen wir doch, kaufen wir doch direkt. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte wohl froh sein, dass Hermit noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Ich traue dem Kerl auch nicht so ganz. Was ist das? Da habe ich doch bestimmt noch drin, oder? Meine Werkbank. Kann ich irgendwas machen? Lass uns mal gucken. Ähm, kann ich... 300, drei Stück? Wow, da muss ich was machen. Das mal, da kann ich hier. Schaden habe ich. Kapazität könnte ich mal hole. Ähm, ich könnte aber mein Rig verbessern. Aber, hm? 1, 2, 3. Das wird genau Vertrefferpunkte reichen. Das machen wir. Das machen wir doch direkt. Das machen wir doch nicht. Das machen wir doch nur noch. Das machen wir doch nicht. Okay, wir können jetzt wiederholen. Gott, Gott, Gott. Okay. Also ich fühl mich hier grad gar nicht wohl. Das ist irritierend, dass ich hier so viel Energie krieg. Nein! 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Du Scheiße! Oh ne! Hey! Ich bin zu viel! Ich bin zu viel, ich muss nur... Ich bin zu viel, ich bin zu viel, ich bin zu viel. Holy Crap, Holy Crap! Ich bin zu viel, ich bin zu viel, ich bin zu viel. Schlattern. Jetzt wissen wir uns jo- ach, jetzt wissen wir uns, jetzt wissen wir jo, was uns denn denn eine andere bäume wohl noch erwartet ok jetzt gucken wir mal wo was da drin ist wo muss ich denn jetzt hin eigentlich muss ich kaum gucke hier muss ich das geht auf die luft alles klar ja 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 Was ist das? Nicht witzig! Ist... Irren? Okay, das ist wahrscheinlich noch so. Uh! Okay, jetzt kommen wir wahrscheinlich noch um. Okay, so, die Köche. Dann habe ich ja okay Lust, wenn ich denne komplett kille, dass dann die... Da war's Falle gelöst. Ja, mit... Das ist gut, das ist gut. Und jetzt? Jetzt muss ich da nennen. Und was? Muss ich sie eher schmauen? Da hoch, okay. Ach du herrje. Wirklich, Jungs. Bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ein zuständiger Techniker wurde informiert. Ganz toll. Oh, was sind denn das? Ähm... Nennen wir doch mal. Was? Mach uns wieder ganz? Oh nein! Oh nein! Nein! Oh! Ach nee! Jungs! Boah! Hab ich jetzt keine Stasenbie gehat? Ach, Jungs. Das ist überhaupt total uncool, dass du... Okay. Ach. Unglaublich. Wir machen hier einen Cut. Nee, das probieren wir nochmal. Kann ja wohl nicht Sinn. Ähm, Stasenpack. Okay. Wir müssen... ...dann... ...dieses, ähm... ...dieses... ...na... ...Modify. Ich müssen mal so schnell wie möglich... ...warte mal. So. Kann ich die kaputt machen und dann... ...gleich geht das von mir, hä? So, warte mal. Ähm... Ach, nee! Ach, nee! Das ist eigentlich nicht das Vieh, ist tot! Was? Da war jetzt weh. Verdammte Scheißviecher! Sack, ey! Gut, dass man das wisse. Also... ...das funktioniert wirklich, wenn ich die Viecher... ...ach, wenn ich die tote Person... ...biss sie auseinandern, damit dann könnte ich die nicht mehr verwandelt wäre. Okay, jetzt wahrscheinlich... ...ne... 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 ...oh, da ist was. Credits... ...brauche ich wahrscheinlich 9, um mal wieder ausreichend Medikit zu holen. Wirklich? Hier hin? Okay. Gut, dann würde ich sagen, nutze mal das hier. Die Speichermöglichkeit, um hier eine Katze zu machen... ...und bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Bye, bye. ... ... ...